nächsten menschen monaco gegen barcelona daraus auch ein 6 zu 3 eben und dann gibt es nur mehr spannende spiele obwohl das ist ja auch noch spannend das kann auch noch spannend sind kann ja noch spannend werden ja drei tore braucht monaco außer man schießt hier ein auswärts durch dann sind wir dann wird sich das für die interesse aber auch monaco muss man jetzt schon größten respekt zuweisen als jugendteam hier ins achten finale zu kommen weiter aber man muss nur acht mittel werden der sich gegenseitig gefällt auch die erste gute möglichkeit für den fc passen warum so stark der länge ich wage zu behaupten es war ein folger war das spiel hat nur so glas gefressen und hunger gehabt das war jetzt ganz ganz normal auswählst du als da? Passertrieb ganz jummer Fehler in der Auffahr Oh, super Pass Ok, aber doch Kapsatz Dachte eigentlich schon das war Aber jetzt tun wir viel besser Unglücklich, dass ich da zum Ball komme Danke Zudem wollte ich mir ehrlich nicht Alter, ja tun wir viel besser Ja Oh, ich glaube das war's Monaco Oh Oh Gott sei Dank Bayernbonus, ah, Passerbonus Genau Aber diese zwei Tore sind das wo ich auch immer umeinander fäule Ah, so Glück und so weiter Jetzt hab ich das einmal leider Der war schön Wir gehen genau ins Goldzeugkrieg Na dumme Fehler, die gleich bestraft werden Oh, Alter Könnt ihr mal passen, Alter Was ist jetzt los? Oh 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 wie viel hast du schon mit transferiert von dort was man ist von monaco einige ja wirklich habe kein bürgner mein vertrag schon so schön vier müssen sich nicht zeigen hier habe ich wirklich alle kaputt mehr aber das wird spät doch und doch heute es ist nicht so dass du da draußen ist rechtzeitig aber frag nicht was ich bei denen eingekauft habe ich glaube das reicht für zwei transferperioden 5-6 spieler glaube ich ja gut aber du hast ja auch vier weg ja genau außer damit was hast du gesagt jetzt habe ich meine ausrede fritz naja wissen es sonst will ich mich um das ist nicht so bei mir gesundheitlich habe ich das laut ärztlichen attest unter dem kursstoff war da und 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 da ja Ja, da kommt es gar nicht. Der ist die Verteilige Geschwindigkeit. Ja, aber Monaco hat diese Anfangs-Dings ein bisschen bewohnt und hat sie gefangen. Oder was, vielleicht schaut euch noch Money und Ranglistenpunkte raus. Oh, da ist ja keiner. Da will ich nicht hin, oder was? Kein Bock mehr. Das Ding ist einfach mal sicher. Das Ding ist einfach mal sicher. Das Ding ist von Monaco. Das Ding ist einfach mal sicher. Monaco mit dem Lattenschuss. Das Ding ist einfach mal sicher. Das ist kein Scheiß. Ja, das ist ein vierter Turnier-Dreffer mittlerweile. Das Ding ist einfach mal sicher. Das Ding ist einfach mal sicher. Ja. Ja. Ja, ich bin nicht schussend. Ja. 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 Das wollte ich nicht. Also deiner. Check! Was? Was hat er getan? Was? Was hat er gemacht? Wo hat er den Ball hingepasst? Das war so die da. Weltklasse. Dass das geht leider so. Schadli! Dass das geht überhaupt so, wundert mich. Nun auch gut leicht aus. Das war ja ein Pass quasi. Ja, ich wollte eh passen, aber was ist denn so im nähersten? Das war der Aufwärmspieler. Monaco! Das freut mich noch für Sie hier. Nehmen wir da noch ein bisschen Cash mit und den Punkt eventuell. Ja. Ja. Ja, war es am höchsten Ticket? Nach Monaco hat ein gutes Turnier abgeliefert, muss man sagen. Ja, auf Barcelona noch keinen Titel. Das zweite Team, das die Chance hat, ihren ersten Titel zu holen.